Wir machen zusammen den Rosalie. Der beginnt mit links und zwar mit Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Gewicht aber jetzt links lassen. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Gewicht rechts lassen. Also bei dem ersten Stump jeweils wirklich den Fuß drauf lassen, den zweiten zwar stampen, aber wir machen mal zusammen. Sieben, acht, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Okay, noch acht, sieben, acht, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. So, wir machen noch ein. Sieben, acht, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Wichtig, wie gesagt, ist das Gewicht am rechten Fuß ab. So, wir machen jetzt. Entschuldigung. Wir machen jetzt mit links einen Schritt nach vorne. Hacke. Spitze. Hacke. Zurück. Spitze. Hacke. Lang. Ja? Gewichtstoff im rechten Fuß. Nochmal. Und noch mal. Schritt. Vor. Rück. Vor. Schritt. Rück. Vor. Ran. Nochmal. 7, 8. Schritt. Heel. Toe. Heel. Schritt. Toe. Heel. Ran. Ender. Gewicht. Let's do it. Nochmal. 7, 8. Schritt. Vorne. Hinten. Vorne. Schritt. Hinten. Vorne. Ran. Mal von Anfang. 7, 8. Hacke. Spitze. Hacke. Spitze. Hacke. Flick. Stump. Stump. Hacke. Spitze. Hacke. Spitze. Hacke. Flick. Stump. Stump. Schritt. Vorne. Hinten. Vorne. Schritt. Hinten. Vorne. Ran. Stump. Nochmal. 7, 8. Hacke. Spitze. Hacke. Spitze. Hacke. Flick. Stump. Stump. Hacke. Spitze. Hacke. Spitze. Hacke. Flick. Stump. Stump. Schritt. Vorne. Hinten. Vorne. Schritt. Hinten. Vorne. Ran. Einmal noch. 7, 8. Hacke. Spitze. Hacke, Spitze. Hacke, Flick, Stump, Stump. Hacke, Spitze. Hacke, Flick, Stump, Stump. Schritt vorne, hinten vorne, Schritt hinten vorne ran. Da könnt ihr euch quasi merken, wenn jetzt war ihr vorne ran, jetzt kommt ihr im Stiel ran, hacken auseinander und zusammen, nochmal links und gleiche dann noch zweimal rechts. Hacke ran, auseinander zusammen, hacke ran, auseinander zusammen. Ja? Machen wir mal zusammen, das Pätschen. 7, 8. Kiel ran, auseinander zusammen, Kiel ran, auseinander zusammen, Kiel ran, auseinander zusammen, Kiel ran, auseinander zusammen. Weil das nicht so schwer ist, fängt man das mal direkt mit dran an zu anfangen. Ich komme mal ein bisschen zurück. 7, 8, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Stump, Stump. Schritt, Hacke, Spitze, Hacke, Schritt, Spitze, Hacke, Rang, Kiel, Rang, Auseinander, Zusammen, Kiel, Rang, Auseinander, Zusammen, Kiel, Rang, Auseinander, Zusammen, Kiel, Rang, Auseinander, Zusammen. Jetzt ist auch wichtig, Gewicht wieder recht, bitte. Wir machen nochmal anfangen. 7, 8, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump, Schritt, Hiel, Toe, Hiel, Schritt, Toe, Hiel, Rang, Kiel, Rang, Auseinander, Zusammen, Kiel, Rang, Auseinander, Zusammen, Kiel, Rang, Auseinander, Zusammen, Kiel, Rang, Auseinander, Zusammen. Und für mich machen wir das jetzt nochmal. 7, 8, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump, Schritt, Vor, Rück, Vor, Schritt, Rück, Vor, Rang. Links, ran, auseinander, zusammen, links, ran, auseinander, zusammen, rechts, ran, auseinander, zusammen, ran, auseinander, zusammen. Gewicht haben wir jetzt wieder auf dem rechten Fuß. Wir machen jetzt einen Schritt mit nach der Verteidrehung. Schritt, Stump, Gewicht links lassen, wir drehen uns nämlich wieder zurück. Drehen, Stump, drehen, Stump, Stump, Stump. Und dann müssen wir jetzt tatsächlich beim letzten Stump, Gewicht auf dem rechten Fuß haben, damit man links wieder anfangen kann. Ja, okay, wir hatten Gewicht auf dem rechten Fuß, fangen an mit der Drehen. 7, 8, drehen, Stump, drehen, Stump, drehen, Stump, Stump, Stump. Man kann vielleicht als Eselbrücke den letzten Stump so einen kleinen Schritt nach vorne machen, wenn man möchte. Für wirklich bewusst Gewicht auf dem rechten Fuß zu langen. Ja? Okay, wir machen mal anfangen. 7, 8, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Schritt vor, Rück, vor. Schritt, Rück, vor, ran. Links, ran, auseinander, zusammen. Links, ran, auseinander, zusammen. Rechts, ran, auseinander, zusammen. Rechts, ran, auseinander, zusammen. Dreh, Stump, drehen, Stump, drehen, Stump, Stump, Stump. Okay. Wir machen das Ganze hier ein bisschen schneller. 7, 8, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Schritt, Hett, Tor, hier. Schritt, Tor, hier, ran. Viel, ran, auseinander, zusammen. Viel, ran, aah! Viel, ran, auseinander, zusammen. Rechts. Und noch mal rechts. Und drehen, Stump, drehen, Stump, drehen, Stump, Stump, Stump. Noch mal für mich. Okay. 7, 8, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Schritt, vor, Rück, vor, Schritt, Rück, vor, ran. Links, auseinander, links, auseinander. Rechts. Und noch mal rechts. Und drehen, Stump, drehen, Stump, drehen, Stump, Stump, Stump. Noch mal ein bisschen schneller. 7, 8, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump. Schritt, vor, Rück, vor, Schritt, Rück, vor, ran. Links, ran, links, ran. Rechts, ran, rechts, ran, auseinander, zusammen. Rechts, ran, auseinander, zusammen, Schritt, Stump, Schritt, Hacke, Flick, Stump, Stump, Stump. Wir werden noch einmal ein Tick schneller und gehen dann hier mal in die zweite. 7, 8, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Stump, Stump, Stump. Lang, rück, 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 Auseinander. Schritt, Jump, Trance, Jump, Schritt, Jump, 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 Jump. Gut. Noch einmal die zwei Wände. Sieben, acht. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Jump, Jump. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Jump, Jump. Schritt vor, Rück, Vor, Schritt vor. Links, links, rechts, rechts und rechts. Schritt, Jump, Schritt, Jump, Schritt, Jump, Jump, Jump. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick, Jump, Jump, Jump. Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Flick. Schritt vor, Rück, Vor, Schritt, Rück, Vor, Hand, links und links. Und rechts und rechts. Und Schritt, Jump, Links, Jump, Schritt, Jump, Jump, Jump. Gut. Ich denke, so ungefähr sind wir beim Tempo angekommen. Ich habe jetzt keinen 4-Wand-Durchgang gemacht auf dem Tempo, weil das liegt ja ständig, oder des Öfteren, die Schnelligkeit wechselt. Und jedes Mal, wenn ihr das tut, fangen wir den Tanz von vorne an. Ja, ich mache mal Musik an. Und dann, wenn ihr das tut, fangen wir mal an.